Zuhause darf ich mir nur ganz natürlich nicht blicken lassen, wie ich verändert bin. Mutter schreit auch auf den ersten Blick. Vater haut mir den Kopf an die Wand und schmeißt mir die Straße. Geld hab ich nur ebenfalls noch weitergekennst, nicht wie ich stücker zwei Jollstücke, was ich mich jacke, die Futter rein, hier nicht. Also Pauline, wenn es geboren ist, nehm ich das Kind. Ihr Kind hat das gut wie ein Kind. Gut und kein Mensch auf der ganzen Welt, nicht braucht was zu wissen. Na, nur jetzt, du sagst beim Standesamt, dass dein Kindekind am 25. Mai von deiner Ehefrau in deiner Wohnung geboren ist. Das sieht man ja auch den Herrn John mal wieder. Bravo, der Kaiser braucht toll Daten. Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen. Sie hatten einen Stammalter nötig, Herr John. Herr Direktor. Ja. Wie viel hat es denn gewogen bei der Geburt? Genau, acht Pfund. Und zehn Jahre. Sie sind die Pauline? Was wollen Sie denn? Was werden Sie wollen? Komm her, getrieben. Hab nicht länger warten können. Muss sehen, wie steht, ob Kindchen auch nicht zugestoßen ist. Was denn vor ein Kind? Was denn zugestoßen? Reden Sie Deutsch! Lobanjagd in Inns, es riecht das deutsche Wort aus Ihrer Fresse raus. Kann ich nur sagen, was war es, Frau John? Na, was denn? Mein Kind zeigen. Zeigen. Ich komme Sie ja nur auf den Gedanken, dass Frau John ein Kind in Pflege hat. Weil ich geselbst übergeben habe. Aber Frau John hat doch ein eigenes Kind. Hat kein Kind. Jans und Janich, Frau John. Hat gelogen, betrogen. Hat kein Kind. Hat mich mein Aluischen zu Grunde gerichtet. Aber meine Damen, bei Gott, Sie irren sich. Bruno, was hast du mit das Mädchen gemacht? Ihr tat Rat gegeben, Jette. Was ist denn das? Das, wenn sie nicht wiederkommt, ist nur sicher. Nee. Das, wenn sie nur noch mal wiederkommt, hätte ich auch reichen. Jette, was ist mit dich? Nun will ich mal wissen, was an die Geschichte mit das fremde Mädchen hier in der Stube wahren ist. Du hast doch gehört, das Fräulein ist überhaupt nicht mehr wiedergekommen. Daraus kannst du doch ersehen. Das sagst du mit blauen Lippen und machst Augen, als wenn es dir gerädert wird. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Das wollte ich nicht.